Heute ist der 8. Dezember und wir werden das 8. Türchen aufmachen. Ich fange erst mal von dem Milka-Abwärtskalender an. Da kommt ein Schokoladenbonbon raus. Und dann machen wir noch mal wenig Mario-Abwärtskalender an. Und da kommt ein Mohn raus. Dann machen wir noch mal den Schokoladenbonbon von meinem Papa aus. Und dann kommt ein Auto raus. Und tschüss, bis zum nächsten Türchen. Musik 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 Das war's für heute.